Musik Herzlich willkommen zur Asklepios-Informationssendung. Man mag es sich nicht vorstellen, dennoch ist es nicht selten. Man hat gerade eine Bauch-OP hinter sich gebracht, zum Beispiel am Magen oder an der Leber und alles ist gut gegangen. Und nach einiger Zeit merkt man plötzlich irgendwas und was dahinter steckt ist, die innere Narbe in der Bauchregion geht wieder auf. Ein Narbenbruch entsteht. Und wie man das behandelt, was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Thomas Mansfeld. Er ist Chefarzt der Allgemeinen und Visteralschirurgie und Leiter des Visteralzentrums an der Asklepios-Klinik Warnsbeck. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie, mit welchen Symptomen kommen denn die Patienten zu Ihnen? Was merken denn die von diesem Narbenbruch? Ja, überwiegend kommen die Patienten, weil sie plötzlich eine Beule bemerken im Bereich der alten Narbe. Die verliert praktisch ihre gerade Struktur und entwickelt einfach eine Beule, die mal größer, mal kleiner sein kann und die die Patienten einfach stört beim Anziehen und überhaupt bei täglichen Verrichtungen und die im Grunde genommen ja letztlich nur erstmal ästhetisch auffällt. Eher selten ist es, dass die Patienten mit Schmerzen kommen. Das ist bei Narbenherrnien nicht so oft der Fall. Kann aber durchaus vorkommen. Also so ein Bruch kann sich auch mit Schmerzen entwickeln. Es kann auch sehr, sehr selten dazu kommen, dass tatsächlich sich der Darm einklemmt in so einem Narbenbruch. Das ist dann ein richtiger Notfall und dann kommen die Patienten natürlich auch zu uns in die Klinik. Ja, gibt es bestimmte Regionen im Bauchraum, wo solche Narbenbrüche entstehen können, ganz besonders gerne, sag ich mal? Ja, Narbenbrüche sind natürlich immer verbunden mit einer Operation, die stattgefunden hat. Und dass die Operationen, die normalen Operationen, die jetzt nicht per Schlüssellochtechnik durchgeführt werden, die werden ja über Schnitte, die entweder in der Mitte des Bauches verlaufen oder quer über den Bauch verlaufen durchgeführt. Und man nimmt an oder es gibt Zahlen, dass die in der Mittellinie verlaufenden Schnitte häufiger so einen Narbenbruch bedingen als die queren Schnitte. Das ist so aus meiner Beobachtung, kann man das so nachempfinden. Und von daher ist das prädestiniert. Was noch prädestiniert für einen Narbenbruch ist, wenn eine Entzündung der Wunde aufgetreten ist nach der Operation. Das gibt es ja auch manchmal, wenn im Notfall operiert wird, wenn Bauchfellentzündung vorliegt. Dann kommt es nach der Operation zu einer Entzündung im Bereich der Wunde des Unterhautgewebes. Und das bedingt auch eine, das entsteht an der Narbenherne und zwar am relativ hohen Prozentsatz. Und man kann durchaus sagen, dass bis zu 30 Prozent aller Operationsnarben über alle, also über die Längs- und die Querschnitte, bis zu 30 Prozent dieser Operation entwickeln einen Narbenbruch verschiedener Ausmaße. 30 Prozent ist ja eine ganze Menge. Sind das immer Narbenbrüche, die der Patient auch tatsächlich merkt? Oder können da auch ganz kleine dabei sein? Das können auch kleine sein, die praktisch, wir sagen, inapparent sind, wo keine Symptome sind, die sich auch nicht mehr ausbeulen. Aber diese Zahl ist in etwa tatsächlich, kann man das so nachvollziehen, wenn man die ganze Literatur auch nachforscht. Gibt es denn da so eine Erfahrung, dass man sagt, ach, wenn es ein halbes Jahr oder ein Jahr gehalten hat nach der OP, dann passiert danach nichts mehr oder kann es auch noch bedeutend später passieren? Nein, so ist es nicht. Sicher ist es überwiegend so, dass die überwiegende Anzahl der Narbenbrüche innerhalb von einem Jahr entsteht, nach der Operation. Aber das ist keine Garantie, dass man danach Ruhe hat. Es kann auch durchaus sein, dass eine Narbe, die ja auch durchaus sich dehnen kann im Laufe der Zeit, da hängt natürlich dann damit zusammen, wie sich der Bauchumfang zum Beispiel entwickelt, da kann es sein, dass diese Narbe weicher wird und wenn man dann etwas anhebt, zack, dann reißt es auf. Das kann durchaus sein. Also überwiegend bis zu einem Jahr nach der Operation, aber auch danach keine hundertprozentige Sicherheit für das Nicht-Entstehen eines Narbenbruchs. Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, hat da der Operateur schlecht gearbeitet? Nein, nein, das kann man sicherlich, muss ich natürlich sicherlich weit von mir weisen. Es sind, wie gesagt, Infektion ist einer der Faktoren, die eine Entstehung eines Narbenbruchs begünstigen. Der andere Faktor ist sicherlich von den Patienten her kommend. Also es gibt gewisse Bindegewebsschwächen. Es gibt tatsächlich auch auf molekularer Ebene eben bei dem Einbau der Narbe, bei dem Aufbau der Narbe gibt es tatsächlich auch Fehler, die passieren können im Menschen. Es gibt natürlich, wenn ein sehr starker Druck aus dem Bauch herauskommt, also heißt, wenn jemand sehr kräftig ist, dann ist das sicherlich auch für das Entstehen eines Narbenbruchs förderlich. Und das fördert nicht gerade die Heilung der Narbe und kann einen Bruch begünstigen. Ah, das Stichwort Heilung. Beim Stichwort Heilung fällt mir zum Beispiel auch ein Tabak. Ist das so? Ja, Rauchen ist immer ungünstig prinzipiell. Rauchen hat auf ganz, ganz viele Krankheiten einen sehr, sehr negativen Einfluss. Und auch hier ist es sicherlich so, dass durch Störungen in der Mikrodurchblutung der Aufbau der Narbe behindert wird. Denn wenn die Wunde heilen soll nach der Operation, dann braucht es sehr viel Sauerstoff, da muss sehr viel Blut sein und so weiter. Und wenn das durch Rauchen die Gefäßversorgung, sag ich mal, rarifiziert ist, vermindert ist und nicht genug Blut reinfällt, dann ist das sicherlich nicht förderlich. Und das ist einer der Risikofaktoren, da haben Sie vollkommen recht, für das Entstehen von Narbenbrüchen. Ja, also das Rauchen danach, ne? Das Rauchen danach, nach der Operation, ja, das ist für viele Dinge ungünstig. Aber auch vor der Operation. Aber auch vor der Operation. Wobei ich gehört habe, es reicht schon, es einige Wochen lang vor der OP einzustellen, um ein wirklich deutlich verbessertes Ergebnis oder ein besserer, geringeres Risiko während der OP zu haben. Ja, das ist gut und richtig. Aber da wollen wir jetzt nicht dem Rauchen das Wort reden. Wenn jetzt tatsächlich Sie der Meinung sind, man sollte operieren, einfach weil es hinderlich ist oder womöglich auch gefährlich werden kann. Wie funktioniert das mit dieser OP? Wie geht das vor sich? Ja, das hängt natürlich sehr stark davon ab, was für ein Bruch vorliegt, was für eine Narbenbruchkonfiguration. Wir finden, das hängt ab wie vom Alter des Patienten, von sehr vielen individuellen Faktoren. Konstitution, Alter, Allgemeinverfassung, ist der im guten Ernährungszustand, hat der andere Probleme noch mit Alkohol zum Beispiel oder wie auch immer. Also da muss sehr genau individuell die Konstellation geprüft werden. Und wenn man dann zum Schluss kommt, es wäre sinnvoll zu operieren, was ich überwiegend eigentlich für die vernünftige Konsequenz halte, weil so ein Narbenbruch natürlich grundsätzlich nicht von alleine heilt. Das ist eben ein Loch in der Bauchwand, das da ist und das heilt nicht zu. Das muss repariert werden, richtig klassisch repariert werden. Und sonst wird es halt immer größer. Und man muss eben schauen, wie auch individuell diese Wachstumstendenz ist. Ich habe manche Patienten, die gucke ich immer mal an, alle halbe Jahr, um zu sehen, ob so ein Bruch größer wird oder nicht. Das kann man durchaus machen. Also wie gesagt, eine individuelle Entscheidung. Wenn aber die Operation dann empfohlen wird, dann sind es so, dass wir schon überwiegend so den Bauchwanderersatz und die Bauchwandrekonstruktion mit einem Kunststoffnetz vornehmen. Denn früher wurden die Bauchwände einfach zusammengenäht. Die Enden wurden aufgesucht, es wurde zusammengenäht. Und da hat man festgestellt, dass es eine bis zu 40, 50%ige Wiederauftretensrate gegeben hat. Also das heißt, der Bruch wurde operiert und 50% der Fälle brach er wieder auf und musste dann erneut operiert werden. Es gibt sehr lange Patientengeschichten von vielen, vielen Brüchen. Und dann ist eigentlich rausgekommen, dass man es optimalerweise mit einem Kunststoffnetz versorgt. Und das ist heute der Standard. Ich habe so ein Netz hier mal mitgebracht. Genau, es gibt jetzt ganz viele verschiedene Sorten von diesen Netzen. Die müssen natürlich sehr gut verträglich sein. Die dürfen nicht so hart sein, so steif sein. Früher die ersten Netze, die wir hatten, waren sehr steif. Und da hatten die Patienten richtig so wie eine Rüstung, haben sie sich hinterher gefühlt. Das war sehr unangenehm. Da war zwar kein Bruch mehr zu sehen, aber sie konnten sich nicht mehr gut bewegen. Das ist heute alles, durch die moderne Forschung ist das sehr viel besser geworden. Diese Netze sind relativ leichtgewichtig, können Sie mal anfassen, relativ leichtgewichtig sind gewebt. Es gibt dreidimensionale, eindimensionale, es gibt verschiedene Sorten, verschiedene Substanzen. Es gibt Substanzen, die sich gar nicht auflösen. Es gibt welche, die sich zum Teil auflösen. Das ist individuell eben anzupassen. Dann muss man sehen, welches Netz man da verwendet. Grundsätzlich aber ist es eben so, dass wir so ein Netz in die Bauchwand einbringen, um die Bauchwand zu verstärken. Und dieses Netz funktioniert dann überwiegend als Gerüst für die körpereigenen Zellen, die dann sozusagen eine Narbe bilden in diesem Gerüst. Und wozu gibt es Auflösende und Nicht-Auflösende? Also warum gibt es dann nicht ein Besser oder Schlechter, was man dann immer nimmt? Das ist einfach die Technologie. Es gibt ganz viele Netzhersteller. Es wird ganz viel darüber geforscht. Da wird mit diesem geforscht, mit jedem geforscht. Zum Beispiel nehmen die Franzosen überwiegend Polypropylennetze, die sich überhaupt nicht auflösen. Bei uns ist es eher üblich, Netze zu nehmen, die sich zumindest zu 30, 40 Prozent auflösen. Im Bereich der Narbenbruchchirurgie. Bei den Leistenherrn lösen die sich in bis zu 70 Prozent auf. Also das ist ganz unterschiedlich fabrikat, individuell. Und ich bin auch leider aufgrund der Literatur nicht in der Lage, zu sagen, was eindeutig besser ist. Wir haben alle Netze benutzt und haben mit allen eigentlich gute Erfolge. Und dieses, was wir jetzt üblicherweise benutzen, das baut sich, ich meine, zu 50 Prozent in etwa ab. Und ist aber sehr geschmeidig, sehr gut verträglich, macht keine Infektion. Das sind ganz wichtige Fragen bei diesen Operationen. Ja, und wie kriegen Sie die in den Körper hinein? Das ist nur das Netz für die offene Operation. Da geben Sie mir gleich das Stichwort. Man kann natürlich das Netz offen einbringen, also durch eine Operation, in der der alte Schnitt wieder eröffnet wird. Und dann das Netz in der Bauchwand positioniert wird. Man kann aber auch natürlich bei geeigneter Indikation, bei geeigneten Brüchen, so ein Netz in minimalinvasiver Technik, also mit Schlüssellochtechnik einbringen. Das ist natürlich für die Patienten sehr angenehm, weil sie keine großen Schnitte mehr haben. Wir haben dann drei kleine Schnitte an der Seite des Bauches und bringen darüber, machen darüber dann die Operation. Wir müssen auch manchmal Verwachsungen lösen, die nach der Voroperation noch da sind. Und bringen dann so ein Netz an die Bauchwand ein von innen. Das wird dann befestigt und hat bei geeigneten Indikationen auch sehr, sehr gute Rezidivraten, die auch deutlich unter 10 Prozent liegen. Das heißt also, der Körper sagt dann auch nicht, ich will das nicht haben und entzünde dich da jetzt wieder. Nein, das sind natürlich andere Netze. Das ist ein Netz, wie gesagt, für die offene Chirurgie. Wenn wir jetzt ein Netz nehmen, was wir durch die Laparaskopie einbringen im Bauch, dann haben wir ja theoretisch einen direkten Kontakt zum Darm, zum Dünndarm. Und deshalb sind das andere Netze. Die sind beschichtet auf der Seite, die zum Bauchraum liegt. Und diese Beschichtung bildet ganz schnell so eine Haut, die letztendlich das Netz dann von dem Bauchinhalt abtrennt, sodass der Darm nicht mit diesem Netz verwachsen kann, was er sonst tun würde. Aber überhaupt, wie tief liegen denn die Netze? Also ist das, das ist ja nicht so, dass Sie die Oberhaut abtrennen und darunter liegt es dann. Und ich fühle noch die, ich fühle noch sozusagen die Textur davon, sondern das liegt ja viel zu unter den Muskeln. Nein, nein, nein. Die Bauchwand ist ja sehr, man ist ja von oben, wenn man von oben guckt, ist erst mal die Haut, dann ist die Unterhaut. Das ist so ein unterschiedlich starkes Fettgewebs, eine unterschiedlich starke Fettgewebsschicht. Und danach kommt dann die Schicht mit diesen Faszien, wir sagen Faszien dazu, das sind sehr starke Bindegewebsschichten mit mehreren Muskelschichten. Das ist relativ komplex, das muss jetzt auch, kann ich kaum jetzt Ihnen so genau darstellen. Aber wir können dieses Netz in verschiedenen Positionen innerhalb dieser Bauchwand positionieren. Und um es einfach kurz zu sagen, die optimale Position dieses Netzes ist, wenn es praktisch direkt unter der Muskelplatte, direkt über dem Bauchfeld zu liegen kommt. Das ist die sicherste Position, wir nennen das Subplay-Technik und das ist das, was wir eigentlich immer bevorzugen. Ja, die Erfolgsquote am Ende, ist die unterschiedlich gut, je nachdem, wo der Bruch stattgefunden hat? Ja, klar, es gibt Brüche, die sind sehr viel ungünstiger, zum Beispiel Flankenbrüche, die sind sehr, sehr unangenehm. Aber in der Mittellinie und im Querschnitt sind die Erfolge relativ, da gibt es keine verschiedenen Rezidivraten. Wenn das vernünftig operiert worden ist, was die Voraussetzung ist, mit so einer Subplay-Technik, dann ist die Rezidivrate in unserem Zentrum bei unter 5%. Was ich für ein gutes Ergebnis halte, in Literatur ist es um die 10% wird angegeben. Ja, und die größte Herausforderung ist, glaube ich, immer noch eben die beiden geraden Bauchmuskeln zusammenzubringen, wenn die ineinander gegangen sind. Genau, das ist natürlich, da geben Sie auch wieder ein sehr gutes Stichwort. Das Entscheidende ist natürlich, dass diese gerade Bauchmuskulatur, die von oben nach unten, praktisch vom Rippenbogenansatz zum Schambein verläuft, was auch als Sixpack bekannt ist, diese Muskulatur, die muss wieder praktisch in der Mitte vereinigt werden des Bauches, um der Bauchwand die Stabilität zu verleihen, die sie braucht, um auch den Menschen im Gleichgewicht zu halten. Und eben auch, um den Bruch so zu versorgen, dass er nicht mehr wieder auftritt. Und das ist natürlich unser Hauptziel. Das kann mitunter sehr, sehr schwierig sein, wenn der Bruch jetzt 20 Zentimeter groß ist, dann kriegt man das nicht einfach so wieder zusammen. Dann müssen wir halt verschiedene Techniken verwenden, um die Bauchwand so weit zu lockern, dass wir diese Muskulatur wieder in die Mitte bringen können. Und dafür gibt es, wie gesagt, mehrere Techniken. Man kann zum einen den Bauch vor der Operation aufpusten mit Luft, damit sich die Bauchwand dehnt und man das dann zusammenbringen kann. Wir machen jetzt auch eine Botox-Injektion. Botox entspannt ja die Muskulatur, das weiß man ja. Und wir machen jetzt Botox-Injektion in die Bauchwand, um die Muskeln so zu entspannen, dass wir sie auch problemlos wieder zusammenbringen können. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann gibt es auch noch operative Techniken, wo wir praktisch die Bauchwand in ihre einzelnen Bestandteile, so in die einzelnen Schichten auflösen, um sie besser zusammenspringen zu können, zusammenschieben zu können. Das nennt sich Komponentenseparation. Das ist eine spezielle chirurgische Technik, die aber eben auch uns ermöglicht, dieses Hauptziel zu erreichen, nämlich die Mittellinie wieder zu rekonstruieren. Das ist das Wichtigste für die Versorgung dieser Brüche. Was heißt denn das danach? Also wenn die OP vorbei ist und die Wunde heilt gut, ab wann kann ich denn meinen ersten Kasten Wasser wieder hochnehmen? Ja, das ist natürlich auch individuell, das ist halt ganz schwierig, bei diesen sehr verschiedenen Brüchen, bei sehr verschiedenen Patienten jetzt so ein generelles Rezept zu geben. Vielfach wissen wir es selber nicht, es ist ein reines Bauchgefühl. Wir sagen bei, in der Regel zwischen vier bis sechs Wochen kann man wieder auf jeden Fall auch sportlich aktiv sein, einen Wasserkasten heben können Sie, wenn die Operation vernünftig gegangen ist und wenn das gut operiert ist, mit der entsprechenden Positionierung des Netzes, dann können Sie auch eine Wasserkiste schon nach zwei Wochen wieder heben. Ja, das ist eher eine Frage des Kreuzes, ne? Auch, ja, und des Trainings. Vielen Dank für das spannende Interview. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Wer hat Sie gesund! Und wir sehen uns wieder auf YouTube und 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 auf YouTube.